So, da sind wir wieder mit Gen Z, genau da, wo wir aufgehört haben. Wir versuchen hier, irgendwelchen Leuten zu helfen. Im DLC-Teil des Spiels. Da hängt das eine Ausrufbox. Gefällt mir auch nicht, aber... Ey, dann ist das ja ein Unterschlupf. Das ist ja genial. Hätte ich den mal ein paar Sekunden früher gefunden. Vier Sterne, Kapist. Und vier Sterne, fünf Sterne, HP5, nicht schlecht. So. Schrott, 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 Schrott. Keine Brennstoffzelle, wenn ich die noch da reinkriege. Naja, wird aber langsam eng. EMP-Zelle. Und die Batterie. Okay. Draußen läuft was rum, rechts von mir. Ich geh mal schauen. Boah, die Spinnen sind aber auch immer stärker gepanzert. Nein, nein. Wieder Aluminium-Schrott. Oh, eine neue Leiche. Die haben nicht neu gestartet. Okay. Auch Raddy? Dann, let's go. Na, ich muss mir auch noch nie bocken. Hm. Eine EMP-Zelle nehme ich nicht mit. Äh, ich denke, wir sollten hier irgendwas einsammeln. Müssen wir jetzt, äh, weiter. Müssen doch jetzt, äh, für den Kranken und Verletzten, Hauptmission, 800 und ein paar zerquetschte Meter. Block, für die Kranken und Verletzten könnten wir mal aktivieren, so. Oh, dann ist auch direkt das Zeichen verschwunden. Wat'n Scheiß. Ohne Wenn und Aber. Oh, den Weg in Städtchen hin. Ja. Der ist aber richtig dick, ne? Äh, die 1 kannst du dann da wieder wegnehmen. Warum? Das ist, glaube ich, da, wo wir eben waren. Nö, ist es nicht. Da ist die Hauptmission für die Kranken und Verletzten, aber ich kann jetzt eine 1 setzen, hier ist ein Relay. Ja, bei ihm da hinten. Meinst du? Ja, da leuchtet es doch. Wegpunkt setzen. Ja. Aber es... Brauchen den ja nur austricksen, ich will ja nur die Antenne schrotten. Oh, die Kleinen sind jetzt Raketenwerfer. Der hat gerade eine Rakete gestartet. Der scheint aber zu chillen. Äh, alles klar. Kann die... Stehdeböng, stehdeböng, stehdeböng. Die Antenne ist genau da, wo er steht. Hat er wieder Bomben geschmissen, ne? Mhm. Antenne ist down. Ich habe die Antenne geplättet. Wo? Ich bin weg. Ich habe mir noch das Blutradio geholt. Mhm. Jetzt hat er mich. Aber egal, ich darf einmal gratis überleben. Nicht mit mir, Freund Blasius. So. Ich bin draußen aus der Nummer. Willst du ihn plätten? Aua. Aua. Also, ja. Stell ich erst mal auf Hardcore-Muni. Könnte der Leoma machen. Aua. Rackets. Einfach nur den Standort weg können. Die treffen die nicht. 當然. Der Leoma. Bist du lieb. Der Leoma. Ich bin Loub. Bist du lieb. Der Le shed. Grüß. Jetzt will er es wissen. Kommt ne Rakete geflogen, ich darf auch kein Schausmaul. Seine Kügelchen alle wieder den Berg runterkullern. Wow, ich bin ja hier überhaupt nicht in Deckung, nein, nein, also Steine sind ne schlechte Deckung, Räume sind besser. Das war's, Munition. Munition leer? Ja. Für den Granatwerfer mein ich. Achso. Danke, ich mag keine Rosteeier. Ich mag schon Rost an. Das war's, Munition. Das war's, Munition. Ganz schön hartnäckig, das Kerlchen. Ja! Uh, sind sie gut? Sehr schön. Ah, seine Kugeln sind alle mit in die Luft geflogen, oder? Ne, doch nicht. Mhm. Warte, Vorsicht! Laut von der... In die Kugel rein. Den Kampf eingetreten? Hä? Wo ist denn jetzt der Buddy? Da unten. Okay. Okay, Explosivbehälter, Stahl... Naja. Viel mehr als weg, Digger. So. Ja. Wir werden diese Insel noch befreien. Reingucken, was ich noch so von Quark hab. Äh, Explosivbehälter. Ablegen. Und dann, äh, Feuerwerkskörper. So, die Ablehnung. Die ist doch schon down. Warum leuchtet der Ding da noch? Du musst da noch dein Ding einsammeln. Die habe ich schon platt gemacht gehabt. Oh, oh, die Kugel leuchtet. Na gut, weiter zu eins. Äh, die ist hier vorne, die Eins. Äh, okay. War die Release-Antenne. Ach ja, das war nur die Release-Antenne. Genau. Äh, Wegpunkt setzen. So, die neue Eins. Bitteschön. Äh, äh, wie Sie sehen, sehen Sie nix. Ach da. Hier. Über den Mesh. Über den Mesh. Noch weiter Weg. Äh, alles klar. Was denn? Hier liegt Ena. Hier liegt Ena. Was macht denn der? Chillen? Er liegt doch ne Tür. Ah ja, Beleuchtung. Ein Doktor. Oh, hier ist ne Kiste. Ah, seine komischen Papiere kann man aber nie einsammeln. Nö, die Tür aufmachen wohl auch nicht. ZS soll ich machen würde. Hm. Ab unterm Boden. Ich noch ganz viel weit, ne? Ich wünsch mir Schlitten. Ah, ist fast geschafft. Halber Weg haben wir schon. Von der Antenne geradeaus. Wollen wir nicht da unten? Äh, ne, ne. Wir sind tiefer im Landesinneren. Na klar. Oder das. Mhm. Guck hier auf die Karte. Wir müssen schon fast da sein. Äh, ja, geht noch ein paar Meter, aber dann haben wir einen Scheißdreck. Ja. Wie läuft der Wahnsinn? Da hinten ist bei den Polizei-Autos ist ein grünes Licht. Oh. Er wird ein Skelettboer wo? Ja. Wir sollen mal jetzt Limo finden. Ich hab's richtig verstanden. Der will Limo. AK-Supermarkt in Himriyet. Ich habe Andi verloren. Ich bin hier im Haus. Und hier draußen ist alles voller Drohnen. Entschuldigung! Oh, oh. 14 gleich nicht tot. Das ist scheiß Looten in dem Spiel. Ein Fertigkeitspunkt erhalten. Auf Tempo. Ich habe den Supermarkt gefunden. Wollen sie auch noch Sanitätsartikel? Langsam werden sie unverschämt. Kann der Schrott sein. Okay. 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 Ich bin doch wieder in dem Acker. Halten und Nehmen war nicht zu sehen, aber egal. Null. Benni, da seh du, dass man skal lita von anderen Menschen. Wie im Hotel Björntunet. So komm hit. Leg so lockt, Baragor. Was hast du denn da angelockt? Ich gar nicht. Ich bin das Wanderth. Okay. 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 Dann wieder diese Tungusten. Und dann wieder diese Tungusten. Ich geh da tot an. Ich finde, da reichet das Modell Beyond Dead, wie Braindeath, äh, waren da jetzt Kugeln für deinen Granatwerfer drin, glaube ich. Wo soll jetzt dieses ominöse Ding sein? Och, das ist am anderen Ende der, das ist ja noch 20 Kilometer entfernt. Nochmal soweit, wie wir schon gelaufen sind, bitte? Ich bin da langsam. Äh, ja, und kein, kein, kein Sicherheitspunkt zwischendrin. Ich hab die 1 wieder drauf angesetzt. Kein Bock mehr auf dieses Gelote, echt nicht. Die übertreibt's. Ich bin da. Bucsack. Das ist mir jetzt so schrecklich. Welche Munition brauchst du denn? Ich bin bis zum Stehkragen voll mit Munition. Äh, aktuell für de... für de Schrotti. Schrotti. Ja, 450 Schuss. Bitteschön. Okay. Ja, dann können wir nämlich weiter ohne diese Blutkrankheiten. Ja? Was ist? Was denn für ein Blutkrank? Kein Problem. Überladen. Eingesteckt. Dann auch über 10 Kilo. Feuerwerkskörper nehme ich. Notsignalfackeln nicht. Ähm... Kleine Brennstoffzellen. Kann ich auch nehmen. So, reicht's? Äh, hier sind noch zwei Granaten für dich drinne. Jetzt sind alle weg. So. Okay. Come on. Gut. Where's the one? Where's the one? Where's the one? Ja. Den LKWs. Hier und links. Leichen. Irgendwas gibt mir Schaden. Wahrscheinlich Gas. Gelegene Menge kaputte Bots. Und jede Menge Leichen. Und jetzt drei. Ja, hier bei mir sind auch noch mehr. Eine riesige Menge Bots. Das war ja ein harter Kampf. Wo ist denn Ani vielleicht? Hier. Unter dem Zelt. Da liegen auch noch ein paar. Die hab ich schon. Die hab ich noch nicht. Oh, alle gut beladen, ne? Die liegen ja noch mehr. Explosivgeschosse für deine Kabumba. Kannst du die haben? Kannst du mir geben. Gut. Mumpeln. Ähm. Explosive Mehrzweckgeschosse. 13 Stück. Cool. Geht schön. Musst du dir nur nehmen. Sonnenleiche im Gras. Hast du genommen die Kugel? Ja, jetzt bin ich aber auch schon wieder voll. Guck mal, ob du wie ich zig Waffen noch am Start hast. Dann schmeißt du noch eine Waffe weg. Die fliegen eh recht viel. Oh, der ist ja genauso groß wie der letzte. Gut, dass wir da nicht lang müssen. Ich hab wieder so ne komischen Steine auf Tasche. Vom Gusten? Ja. Weckloppen, glaub ich. Wenn nicht, bereuen wir es halt später. Auch egal. Ich hab's jetzt erstmal eingesteckt, solange ich noch was tragen kann. Kannst du jetzt wieder laufen? Nee, noch nicht. Ich bin... Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Restlichtverstärker. Ja, nee, ist klar. Keine Ahnung, was man damit macht, warum hab ich's weggefeuert. Nee, sie kommt hier auf die... auf die... auf die... auf dem Waffenvisier. Da ist wo noch ein Rotlichtding drin. Ich hab alles aufgehoben. Jetzt müsste es aber genug Luft haben. Und guck mal, ob du ne Waffe wegschmeißen kannst. Ach, der geht eben nicht. Nicht mehrere Waffen dabei? Okay. Ich hab sechs Funkgeräte dabei. Ja, die sind aber nicht das Mega-Gewicht. Hab ich im Übrigen selber auch. Fünfe. Abliegen. Na gut, dann sagen wir an der Stelle erstmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Das dauert hier alles noch ein bisschen und äh, zieht sich auch und äh, kriegen wir nicht in eine Folge rein. Äh, bis zum Dorf da hinten. Ihr habt ja gesehen. Also da bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Kannst du mal? Tschüss. Tschüss. Tschüss.